Gude, da sind wir wieder mal. Lang hat es gedauert. Puh, ich glaube, ich bin ganz schön braun geworden heute. Ein bisschen lang im Pool gelehrt heute. Die Sonne ist ja echt der Wahnsinn. Sogar der Ebert hat es heute braun geworden. Seht ihr ihn dahin? Und zwar fahren wir nämlich mal an der Gardasee endlich wieder mal. Und da sind wir weg für eine Woche. Und mal früh ist noch mal auf. Und was haben wir gemacht? Badehosen haben wir noch mal gemacht. Für alle. So 15 Stück. Und ich weiß gar nicht, wo sie gekommen sind. Jogginghosen. Also die graue, kurze, dünne Jogginghose haben wir auch noch mal da. Mäu haben wir noch mal auf. Das ist der 6. Der 6. Am 29. Juni fahren wir weg bis zum 6. Und am 29. Juni haben wir Mäu noch mal auf. Bis 1 Uhr. Und danach essen wir dadurch noch mal schön was. Und dann starten wir. Also Mäu könnt ihr noch mal, wie gesagt, die geile Badehose haben wir wieder. Die waren ja ruckzuck weg. Und diese grauen haben wir. Und der Eberhard. Der bleibt hier. Und der basst halt auf, dass hier die ganzen Shirts und so, dass da nichts fortkommt, gell? Also sehen wir uns morgen früh noch mal. Und Mittwoch und Samstag ist zu. Und dann sind wir am 9. Hinten an dem Mittwoch sind wir wieder da. Alles klar, macht's gut. Tschö.